Wo ist die? Ach da! Ach du bist jetzt da, lol! Ich bin nicht unterwegs, wenn du invaded wärst. Nicht? Aber die sind... Aber die muss jetzt erstmal back. Ähm, lass mal Bob gehen! Hey, Dingeln! Was? So... Ezreal Gang Ezreal ist mega eklig. Yes. Pokk, Pokk, Pokkiddiepok! Pokk, 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 Pokk. Pokk, Pok, Pokk, 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 Pokk... Pokk, Pokk, Pokk... Pick the farm! Ah... Anili, down there! Anili, down there! Du gehst nicht auf dem Bauen! Du wirst nicht... Das ist richtig. Kann... Wollte ich aber noch gar nicht hallo gesagt, bis jetzt. Oh, ja, das ist da. Hallo! Hallo! Hallo, 3 in the week am Start für diese Woche. Malzaha. Loli nimmt auf? Ja. Ich mache meine 3 in the week Serie. Und der, der gerade ihn gefragt hat, ist Marco. Und der spielt nicht mit. Der schaut gut zu. Das bedeutet, es sind ja immer wöchentlich, sind ja immer Free to Play Champions draußen und ich spiele die dann immer first time. Das erste Spiel halt auf. Ja, ist richtig. Oh, die early gang mit der botlane. Oh, das war. Wer ist denn jetzt lange? Udi, gell? Ja, korrekt. Meine Nidale ist immer noch weg. Danke, war ja nicht mein Kanonen minieren. Ich bin ja nicht der ADC zum Glück. Musste ich ja sagen. Also, Lee Sin, das hast du. Danke. Alles beschwert sich mal. Ich wollte den CS gar nicht haben. Tralalalalala. Tralalalalalalala. Hey, äh, mit was startest du Daniel? Ich irgendwie. Mit meinem Leona Start eigentlich. Ich hab keine Ahnung, was ich Trash sammeln kann. Boah, ich würde auf Leona immer nur mit... ... einem Ping oder mit, äh, Ding ruhen, zwei Ping-Words, drei, oder... ...ein Ping-Word, drei normale Wards und mit Potts falsch stopfen. Boah, wie ich einfach gerade nicht last zu liefern. Weil du übelst lange auf der Lane bleiben kannst. Ja, aber ich will meistens nicht so lange auf der Lane bleiben. Da hast du's. Zack. In your face. Oh, da ist ein Udi. Hallo, Udi. Oh, das hat mich so gar nicht getroffen. Fress mein... Der hat beim Donald's Blade angefangen, das heißt, den harten Sustain hat der jetzt nicht... Weil, der kanziert von mir aus der Texte nicht. Ach, zumindest 100 der Menschen. Ah, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das hat Titer gemacht. Ich hab keine Ahnung. Und dann hat irgendwie so meine Maus geruggelt und dann war ich erst mal auf dem Weg. Also ich hab die Nidalee übrigens auch nicht mehr hier drin. Man sieht diesen Ball anfliegen, weicht dem rein theoretisch aus, der explodiert neben dir aus. Ich hab's mal aufpassen. Ja, 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 ja. Irgendwie ist ja... Der, der Silence von Malsahar vor Useful gegen Udi. Der kann einfach mal in die Form switchen. Er hat einen Silence? Ich glaub dir, ich soll Ezreal auf Trinity gehen. Ich hab noch nie Ezreal gesagt. Ja, ich spiel First of Malsahar und weiß, dass er einen Silence hat. Krass. Kann ich schon mal gehen, wie du spielst? Nee, weil Daniel hat ihn eigentlich. We are timeless. Es... oh! Es drückt mir für an Damage. Also ich bin Bot Low und ich YOLO den Scheiß einfach. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. You can get me. You can get me. You wanna kill me something? Oh no, you can't kill me nothing. Ich will auch mal sowas auf der Top Man haben, die ist ja mega bad. Udiya ist weg Ja Greedy wird... er Greedy wird alter Diese Lohn ist spannend Yay, Niederli ist nicht da Weg Und unser SR wird wahrscheinlich gleich sterben... Wieso? Der läuft da seit viel Minuten rum Ja, ne, weißt du immer wenter sagt Oh, er wird greedy, er wird greedy. Dann steht er irgendwo mit Lowlife rum. Das ist ja... Nein, hab keine Ahnung, den ihr nicht bekommen. Ach, nekere Scheißnung. Ja, ich kenne halt die Out-Attack-Stärke von Dingens nicht. Anivia ist jetzt mit, ja? Übelst, übelst Low. Wer? Ähm, Udi, kommt hier. Ich hab's ja irgendwie Last-Hitten mit Api. Ich hab mein, ich hab ein Jump-Ready, das heißt, ich... Das heißt überschworen. Also, die haben jetzt getauscht. Ich überleg grad immer noch, was die Fiora da versucht. Oh, Top-Liner. Du hast doch geplant, dass... Udi aus einem... Ding dabei hat sein... Ach, heißt das auf Deutsch. Exos. Erschöpfen. Ja, genau. Erschöpfen heißt das auf Deutsch. Die Fiora ist ja richtig bad, man. Wo ist denn die? Wie kommt der mich jetzt nicht ganken? Guck der die CS, man, der an. Alter, wie ich diesen Silence nicht treff. Ich weiß auch nicht... Irgendwie... Nee. Wenn du es ein bisschen geübt hast, dann sitzt du drin. Oh mein Gott. Ein gutes Schild. Muss ich schon sagen. Ja. Wir sagen dich später. Ich wollte wieder aufkommen. Ja. Niederab... Echt? Ja, schon lang. Ja, hat niemand gesagt. Doch, ich die ganze Zeit. Echt hab ich nicht mitbekommen, hab ich mir recht nicht zugehört. Walzer, du kriegst jetzt einen Blue-Buff. Das ist sogar eine AP, Anivia. Ich krieg jetzt einen Blue-Buff. Finde ich nice. Ich glaub, Trinity of Ezreal ist nicht dumm. Ich hab noch nie Ezreal gespielt, also Trinity, weil wegen dem... Ding ist wegen Glanz. Wegen Glanz und so. Du Scheiß-Taxx. Irgendwie stirbt Blue-Buff. Den sieht man nie wieder. Weil, nie. Mittlerweile. Boah, geil mach ich damage. Lalalala, wie die Anivia dich halt halt einfach alleine stomp. Die Anivia noch da irgendwie hard damage. Das find ich mir gar nicht zu lustig. Wie der AP Ezreal? Ja, das spielt Behinderten Ezreal, okay. Ja, verstehe ich. Würde ich auch so machen, wenn ich dumm wär. Der spielt den Behinderten. Bap, 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 der Gegner schon Ezreal spielt Behinderten. Hast du bisschen schon Riesenschutz bekommen? Ja, ich hab mir einen NCB-Apps aufgekauft. Boah, wie? Ich hab einen Kill gemacht. Der AD Carry ist eigentlich free to play. Ezreal. Und deswegen zock ich ihn. Ach so. Nur einfach, weil ich's kann. Ja, ich glaub. Ich hab nicht die sterilkeit. Jol, jol, lol, LOL, komm! LOL! Der Double Kill! Ja, bei Nintendo. Was war das? Niemand. Wie bockt der mal MEGA! Niemand hatte Ahnung, was das grad war! Ich wollt noch ulten, aber... Ich hab' noch double buff, finde ich gut. Finde ich an sich ne gute Idee! Das war nicht so viel Das war nicht so viel Was soll ich jetzt eigentlich durchskillen? Die Q oder? Also habe ich nicht gesehen, dass der Lowe war Was soll ich durchskillen? Die Q oder die? Die E Die Q oder die W Achso, die hast die Dings schon durch, oder was? Ja Die Q Also ich skill immer die Q durch, ich habe keine Ahnung Kann das heißt, dass irgendwelche Leute kommen Wenn man noch ein paar skillt, dann die weht, weil Die macht prozentualen Dimension, das ist viel besser Alter Irgendwie hat euer Gegner-Team keinen Bock zu farmen, oder? Ne, mega nicht Das Gegner-Team hat glaube ich auf gar nichts Bock Das wäre auch keinen Bock zu farmen Jungen, Ezreal 74 CS Die hat Divya Groups von Fort eigentlich Eheheh Die Jora 8 sind alle 8 ist das Mann Hat ja gar nichts Hat die 18 sind Ja Tim Ja Super Kannst du ihn hocken? Nicht Und ich spielte ja nie mehr als so scheiß defensiv Jetzt Na Gria vielleicht Dammenschmacht Lecker Ah, da ist ne Fiora Hallo Fiora Dreckskerl, dich 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 Was soll ich ulten? Den nicht, Mist Ich hab nicht drauf geachtet, wie ich mit dem Loweit Kannst du in der Laterne reinhauen? Irgendeine Lane Nö, er kommt sogar wieder Lol, wie viel Damage ich da Ein Eier Press In der Ulti gedocht Ach was, das... 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 Bleib mal auf der Lane Das ist völlig ungefährlich hier gerade Die Fiora ist auch SSG Keine Ahnung, wo die sich rumtreibt Nach oben Wieder Was soll das? Okay, der Flash war unnötig Ich dachte, ich hätte meine Kuh nicht drauf bekommen Äh, meine Ehe Dachte ich, dachte ich Aber okay Also ich bin jetzt hier bei... Komm Kill is kill Dann hab ich zwar kein Flash mehr, aber das ist... Egal Der Trinder procs oben für die Rave Ich bin immer noch Wirklich unglaublich, der Typ Oh ja Wir hören zu Odio Oh ja 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 NEIN 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 Ich bin so greedy Ich will das Komponente der Stil 9 die aufschatten das nilz hat die Mühle die Läden zu viel cool wenn er jetzt Dragon geworden ist habe ich jetzt tot hat er wohl nicht ich hab noch keine Boots ich find's noch nicht zu geil warten 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 oh ok nein oh Anivia Anivia Okay, warten, warten, warten. Aber soll ich flashen? Soll ich flashen? Nee, ich flashen. Soll ich flashen? Soll ich flashen? Wieso? Wieso solltest du da jetzt flashen? Es gibt irgendwie... Ich mach dich, Drake, mit dir. Kannst du nicht mal? Nicht mit dir. Es gibt irgendwie so immer bestimmte Seiten... Kommt drauf an, auf welche Seite ich in der Mitte spiele. Da wurde ich dann immer. Ja, du meinst... Das meiste, dass du immer unten wardest. Wenn ich jetzt unten spiele, also wenn ich hier unten auf der blauen Seite spiele, wurde ich immer den Busch hier, den linken, der dann nach oben führt. Stimmt, das mach ich auch immer so. Und wenn ich dann hier spiele, wurde ich immer den unteren Busch. Genau. Stimmt. Ja, stimmt, das kenn ich. Komisch, mach ich auch immer. Ich wurde eigentlich immer nur den... Der Busch nach oben, gell? Ja. Ja. Jetzt hast du nicht, dass ich mich mit schmecken. LOL, was ist denn schon damage drückt? Blütef. Ich muss erstmal mein Bratz, du hörst da auf. Du hörst da auf. Er muss seinen Break machen. Es real. Komm, stell. Macht die weh, irgendwie nur Champions Schaden? Es real. Ja, die macht nur Champions Schaden. Es real. Ja, kein Wunder, ich hab nur Champions Schaden. Es real. Ja, sorry, ich hab eigentlich keinen Bock auf Drake. Eigentlich. Oh yeah. Oh yeah, ich mach richtig fett damage. Oh yeah. Oh yeah. Ich mach richtig fett damage. Alter, die haben wir uns gut schaden. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Höller. Also ja, Nidia hat auch so ne übelste Range. Was war das für eine Lantern? Die hatte voll keinen Sinn, aber egal. Das interessiert mich ja nicht. Das waren drei Seelen. Das waren drei Seelen, Kabel. Drei Seelen. Es gibt aber schon mal hier, äh, 2 in 2, 2 für die Seelen. Rüstung. Genau, was, was geben Trash eigentlich die Seelen? Rüstung oder Rfeu? Noch ne Ulti? Dankeschön. Okay. LOL. Oh, you wanna tell me something? Nuh-oh. You can't tell me nothing. Oh, keine Mana mehr. Your team has destroyed your turret. Ich habe keine Mana под hag, geschmissen, wie du kannst engagen, wenn du deinen Hook triffst, ist er tot. Weißt du, der lernt dann zuerst rein. Der Trinimer ist auch so scheiße. Auch so'n Hurensohn. Der ist die ganze Zeit nur am Farmen, der Typ. Ja, und er ist einfach nur scheiße. Ist einfach ein Wichser. Seine Hurensohne. Die Fiora ist tausendmal schlimmer. Bist gleich alleine, da unten läuft der Agile, ja. Nee, die Fiora hat sich grad bei mir über die Wand geflasht von den Ghosts, aus die Midlane geflasht und mich dann einfach geultet und er hat nichts gesagt, also nichts von SS oder ähnliche. Was soll's so, meinst du? Sonne Bitch. Jetzt bin ich gestorben. Wir waren eigentlich so bad, die kann gar nicht. Ja doch, sie können einfach flaschen und ulten. Er hat ja auch nicht gemacht. Shield dich zu mir, shield dich zu mir. Die Ulti sind für die Krasse OP, wunderbar. Soll ich ulten, soll ich ulten, soll ich ulten? Vorsicht mal, mal da, Vorsicht. Not for them, they are incoming. Fast niemals meinen AP-Carrier. Soll das klar ist. Oh, dadul dadul dadul! NEIN! Ich will! Ich will! Ich will, ich will! Ich will. Ich will. Der ADC, ich bin viel geiler. viel cooler als du mal so ich stelle dir dein erst Prozent aber das ist ein Niederländer der Wunsch Oh mein Gott auch mein Gott auch mein Gott aber er hat der Engel statt in Geld auch nicht zu stürzen ist der Schnellen nicht zu stürzen Servic? Okay, da lasse ich das. Ey, warte, 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 warte. Ich tower-dive sie jetzt. Let's geh schon, wenn er trifft nach deiner Monster-Damage. Nee, Anivia, Anivia. Okay, trifft aber nicht. Oh, und noch ne, noch ne, noch ne. Glaub, die verreckten an deiner E kann das sein. Ja, die, oh fuck. Finora. Finora. Echt? Schau, wiederholst du die Bitch. Ja, guck dir das doch mal an, man! Und, und so ist ja... Das macht 600 Damage, was ist das? Nee, über die Wand. Okay, ich bin tot. Mit deiner E kannst du auch jumpen. Ich weiß nicht, aber keiner mehr. Und da kommt wieder kein SS von dem Trinder. Trinder ist so ein Hurensohn. Hurensohn. Jetzt wird sich wieder U betont. Hurensohn. Huren... Mein Gott, ist das ein Wichser. Komm, verreckt gegen die Fiora. Ja, verreckt gegen die Fiora. Die Fiora hat sogar mehr Kills als unser Trinder. Ja, aber guck dir den Farmen, weil ich's nicht vollkommen verloren. Ja, aber das machst du einfach durch Kills wieder weg. Das ist genauso wie mit Fizz. Nein, eigentlich nicht. Doch, Fizz ist genauso wichsig. Du musst mit Fizz nicht farmen. Ja, aber du hast ja quasi zwei Kills. Äh, ist ja quasi zwei Kills, oder? Äh, ist ja quasi zwei Kills, oder? Was macht der? Ja, wenigstens. Die muss nur ulten und wir alle sind tot. Soll ich Sniper ulten? Kannst du. Kann den auch festhalten. Kannst du auch Sniper ulten? Nein! Wenn der Klaus wird. An der Backe vorbeigeschrammt. An der Backe vorbeigeschrammt. Warum an der Backe ist auch niemand klar, oder? Ja, keine Ahnung. Weil Ezreal so süße Bäckchen hat. Vielleicht deswegen. Weil die Ulti ein Gesicht süfft. Ich bin kein, ich bin kein guter Sniper. Ich hab mich auch nicht schlecht. Außer Borderlands bin ich ganz okay. Als Sniper. Spielst du die Sniperkasse? Oh, ich bin greed, ich will Niederley. Ich will sie einfach. Hey, ich spiele sie. Ich spiele Maya, aber... Ich spiele halt immer die Sniper. Oh, da unten ist Niederley. Oh, wow, 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 wow. Ab zu Niederley. Oh, da kommt wieder die scheiß Fiora. Bestimmt wieder Old Ready. Die heute hat kein Coulon irgendwie. Irgendwer schreit im Hintergrund rum. Ja, meine Mama schreit im Hintergrund rum. Die soll mal die Fresse halten. Sehr drückend. Ich hab dich schon mal bei dem Dragon. Ich hab mal nicht nett. Ich glaub, sie hat sogar gehört. Bei Hertha ist er leise. Nein, sie ist nicht leise. Mutter! Meine Fresse war mir irgendwie nicht leise. Ich kurbel hier gerade meine YouTube-Karriere an. Was macht die? Welche YouTube-Karriere? Die, die bald kommt. Oh, Vorsicht, Niederley. Vorsicht, Vorsicht auf jeder Mensch. Ein Abonnent. Schöpft dich. Ne, 117. Oh, Respekt. Schau mal mehr als du in deinem ganzen Leben haben wirst. Nobody can kill me. Meine Account hat zusammengegeben. Ah, ich hab keine Boote. Ich hab keine Boote, ich hab keine Boote, ich hab keine Boote, ich hab keine Boote. Ich hab auch keine Boote, ich hab keine Boote. Ich hab auch keine Boote, ich hab auch keine Boote. Wie untweswischen, die sind drauf. Okay, das war vielleicht ein bisschen dumm bei mir. Wieso? Hä? Hä? Ich verstehe die Ulti von Malsa Haar nicht. Ich verstehe die Welt nicht. Ich verstehe die Ulti von Malsa Haar nicht. Mach' ich nicht weiterlaufen. Ich bleib stehen, mach dieses Feld unter sie, ulte sie. Was macht sie? Sie macht ihre Ulti. Sie läuft weiter und macht ihre Ulti. Hat sie irgendein scheiß Item oder so? Naja, hat sie nicht... Hä, lol. Was war's für so? Mir war gar nicht klar, dass Trinity Force, um es aus allen drei Dingen zu verenden, genau drei Gold kostet. Drei. Drei Gold, lol. Ja, der Trinder, der farmt da wie so ein kleiner Wuhn, so ein... Er macht aber einen Pentacle. Ja, klar, der macht gar keinen Pentacle, der macht gar nichts, weil er gar nichts kann. Guck, tot. Er hat mich vorhin schon geultet, während eigentlich Ulti völlig useless war. Irgendwie hat mich jetzt dreimal Fiora getötet. Das geht mir irgendwie auf den Sack. Die hat drei Kills und drei davon war ich... Weil die einfach daherkommt... Ich bin schon zweimal gestorben. Der Herr kommt, ultet und ich krieg erst mal 2000 Damage. Und es ist ein Acht-Trydor. 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 Ja, der hat auch einen 208er Farm. Hat halt die ganze Zeit nur Proxed. Aber das ist eigentlich auch erfolgreich. Ja, der hat einen Kill. Und dafür hat 280er Farm. So, silence. Nein, ich habe lag. Nein, 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 ich wollte noch Granina lehntüten. Oh, oh. Wer kam ist, Fiora? Hm, I'm out. Niederlin, ich meine Ulti verschwenden. Ich war wieder tot. Ich bin schon peinlich. Alter, die Fiora, die macht mich ja... Ah, ich habe schon wieder weg. ...tausend vierhundert Schaden mit einem Autodeck. Was ist das? Bauten sie? Tausend! Vierhundert! Es wäre ja wie größer Beckinsatz. Ach was? Überbewertet. Ah, 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 ah. Nobody can kill me? Okay, außer die vielleicht. Das ist doch scheiße. Anivia spielt auch Full-AP, oder? 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 Nee, ich bin da einfach richtig. Das sind noch keine Wurzeln. Eisbarn-Gauntlet ist das Dingensitem da für Dinge. Das ist doch... Fick die Ruhe, die Scheiße. Das ist das Dingensitem, aber was labe ich eigentlich? Janis, was machst du jetzt hier? Wenn nicht verkackt, ist er böse. Wenn nicht verkackt, ist er böse. Ich hab vier Tore und viermal hat mich die Scheiß Fiora getötet. Wenn nicht verkackt, ist er böse. Ha, ha, ha. Göse. Ich war kack gerade, weil ich... Okay, ich hab lag. Okay. Alter, was geht's hier mit meinem Internet ab? Mein Internet? Mein Internet ist am kaputt gehen. Ah, fuck. Ich muss ihn wegzusnipern. Als ich treffe ihn? Ah, ha, ha. Oh, du guckst, sogar den Ezra kriege ich tot, was heißt sogar? Okay, so. Loll, lol, 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 lol. Reichtjekter. Oh, süß, denn diese Ei-Form. Töte das Ei, töte das Ei. Ah, ha. War ja klar, dass du mit den Killkissen hattest. War ich am lag? Ich hab schon wieder einen lag. ich sehe die Lebensleiste nicht du bist voll an sich mein Fioros Lebensleiste die ist halbvoll die seine Kuh getroffen hätte ich geholtet und dann wäre sie tot ja die bringt ja nichts gegen Minions an na Niederlehe warte gefährlich wo bist du Niederlehe wo bist du bist du Niederlehe ich weiß du willst es Niederlehe komm her komm her komm her da ist sie die ultet die ultet sie will ulten ich sehe sie doch guck dir das an noah inauert vorgab a.m. die sind die sind die 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 wie kommt der fernst die mich hat ich habe in Sutter minuten wie ist das möglich in der Hand ist es wird er und da haben wir uns aber ich hätte die Niederli-Ulten sollen also der Lee ist doch inkompetent na wie kann man so behindert sein sogar auf die wir hätte eine scheiß Co ja er trifft die Kunde weil es so blöd ja okay Lee ist richtig und die Niederli hat auch noch nie Nieder gespielt hat aber den Head hat es genweilsch ja er hatte er hat noch nie Lee gespielt und hat den Dragonfist was lacht meine Mutter jetzt so das klingt so als ob sie sterben so lacht ihr grad ich glaub die verreckt echt haha Mutter was durchstirbt Mutter stirbt Alter was ist los mit dem Ezreal alter ich 1 on 1 entspaste jetzt komm herh Ezreal komm her wenn du sagst ja glaub ich glaub sie hatte er hat den Tanz eines eines oh my god oh fuck hier oh fuck hier oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck oh well dead Escalade what the fuck warum macht der Ezreal so viel Schaden der hat gerade 300 damage der hat gerade 300 damage der hat 300 damage gerade mit dem scheiß Drecksding da gemacht und hat mich damit einmal kurz One-Hip gekillt ok der Lee macht echt gut Schaden der Lee macht gut Schaden ah der Lee macht gut Schaden aber nicht genug Schaden ich würde die Richter und unterrichtet Kinder war jetzt auch nicht da oder was vorstet er war froh ok das war echt ein bisschen bitter für die ach ey deswegen war es der Ding jetzt nicht da kann die Träger was oder haben wir das wer hat den Ezreal getötet warte ich hab den Ezreal getötet ne der Lee hat den Ezreal getötet warum hab ich den Double Buff Ezreal hat den Double Buff ne Lee ist ja gestorben Lee ist gestorben da hat Udyr den Double Buff bekommen da hast du Udyr getötet und dann hast du Double Buff ok 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 das ist eine flow-siebte Erklärung diese komplizierte Rechnung Rechnung nein das funktioniert ja nicht mann ich setze die ganze Scheiß Fähigkeit ein Free People in the Metal irgendwie kann ja Malzaha im Teamfight ist so useless immer schon die W Rolf was war das für ein Failflash hat irgendjemand gesehen Rumpel kurz passen wir haben wir haben im im das gibt es einen mehr als die ich auch mehr hat die Scheiße ich versuche eine Art die 6 Blutdüster Adi das meine Kuchen griffen er hat die Kuchen sollte eigentlich jetzt schon die Kuchen zu werden ziemlich hart es ist natürlich die Aktion der Kuchen nicht dritten hat das Ziel kann schon fünfhundert sechster der Kräfte Prozent er hat sich geile Sets der Züge kam an wo die Schau wieder die Scheiß, Yorah, guck dir die mal an. Jetzt hat er ein Disco, in dem Teamfight, lol. Ja, die Fiora kommt ein Kills, die hat keinen Farmer, aber hat halt Kills. Und deswegen sind sie so 50 alles. Was für ein Farm hat er jetzt? Ja okay, die hat ein 200er Farm. Die farmen wenig, ne? Ja, das ist total simpel mit der Sophie zu farmen. Ja, das ist doch simpel mit der Kills zu kriegen. Wirst du überlegen, was für Auto, äh, was für Hexpediatum. Ich zieh es mal rein, die macht zwei Minions, äh, ein, äh, fast da aber ich, äh, die Macht mit zwei Autohits, ein Minion. Ja, die nimmt mich halt doch komplett raus aus dem ganzen Fall. Oh, ist die so Tanki? Doch, der Ulti hat echt auf die drei Minions, die ja noch standen. Der will auch lastets. Aber trashy dashy, mach keinen Scheiß. Oh, ich hab mehr Lastetreger als unserer ADC. Alles mal weg, alles mal weg ich weißen. Alles mal weg ich weißen. Ey, lol, warum die F.L, äh, ging jetzt nicht gefokust? Hm, hm hm hm, ich komm zu euch zu, ich versuch' euch nur zu helfen. Komm, oh yeah, ich lauf' zu euch, oh yeah, Vorsicht mal hin! Kann da nicht von irgendwas irgendwas oder war das nur ein Lied? Oh, boop, oop, oop, aufpassen! Nicht zu dumme, nicht dumme Sachen mache. Das ist besser geworden, ach, das war's du. Ja, stumme Sachen machen, da, ich, ein Intuition, hier, und hier, und, oh, da war er in Italien. Und er war hier, und hier, und hier, und hier, und hier. Wollte mal da rein. Was holt sich jetzt der Trinder, den Blue? Ah, ja, einem die Faust beißen. Okay. Ah, come to Ezreal. Ezreal, Ezreal. Come here, come here, my friend, come here, oh, MG, he is so fast. I need a vision here, oh, my god, that leader. Nein. Nein. Das war jetzt so nubig von mir. Ich werde das ADC im Endgame immer schlecht. Okay, da hat Marco recht, der hat im Endgame das Ezreal überbieten. Okay, der hat... Warum rockt der denn Ezreal die zuhause ab? 700 Damage. Warum? Der Ezreal, okay, der hat nicht mehr 1,60. Der hat, aber er hat Fatme Kill, nein, der hat auch nicht Fatme Kill, also ich... Der hat gerade 700 Damage mit einer Q gedrückt. Und der Trinder farmt nur, der macht gar nichts. 700 Damage mit einer Q, what the fuck? Das ist eigentlich nicht möglich. Doch, er hat schon ein eigenes Item. Er hat Infinity. Ja, genau, Trinder, übernimm dich, übernimm dich bloß nicht, gell? Das hat mich gerade weggekriegt... Ja, er benimmt sich echt nicht. Er hat sich echt nicht gewöhnt. Das war der E, der ihm geholfen hat. Lol. Pentas, deal. Pentas, deal. Pentas, deal. Noob. Report. Aber der, der Ding jetzt farmt irgendwie einfach nur... Kann man ja Rülskrippen, das wäre ja auch witzig. Keine Ahnung. Heid, wie Arya, unter der After all das hervielfühlt hat. Die Graber, der er mal recht soll, der der Maus deportiert hat. Es ist gar nicht am Boden von seinen Recken da. rete war, dass er WeihnachtenBen wieder der grüste der kleine Gericht. Daher war aufzutut. Das ist auch eine goesre. Ich hatte ... Von Distort geht. Rülskraft klappt singular. Ich hab auch beimических V! Versuch mal, versuch mal. Ja, das ist natürlich möglich. Den will ich bitte. Ich so? Ich geil bin. Du Wichser. Da hast du einen Neri gewesen. Echt? Lass dich doch nicht catchen. Wir sind hier gar nicht, wir sind hier gar nicht. In Wirklichkeit sind wir hier nicht. Haha, über die Wand. Ich bin übel weit weg. Noch Gedingens. Das ist ein Ei. Schlag auf das Ei ein. Das Ei muss sterben. Fuck, Fellflash. Keine Kills, was soll das? Ich bin ADC, Alter. Gebt mir gefälligst Kills. Ich habe slain ein enemy. Fiora. 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 Fiora, wir mögen mich alle. Fiora, Fiora. Wir haben uns alle ganz lieb. Mama. 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 Aber die kriegt Damage von mir. Ich bin gerade wenig. Ich habe zwar geflasht, aber... Egal, der Place. Fiora. 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 Wie viele Sekunden, Ezreal ist wieder da. Ezreal wird mich ulten. Ezreal wird mich ulten. Wann kommt die Ult? Wann kommt die Ult? Ich bin auch vorbereitet. Was ist die Ult? Oh, er... Ezreal, du bist ein Noob. Jetzt ist auch Nidalee wieder da. Oh, ah, scheiße. Okay. Okay. Go and take damage. Das Damage. Es musste sein. Go and take damage. Ich musste einfach da hin. In Arcane shiften. Wir machen gerade Baron, sozusagen. Zwei. Vorsicht. Wir machen nicht gerade Baron. Ja, wir bleiben einfach da, dass es nicht auffällt. Ja. Wenn der AP und ADC nicht da sind, dann vermutet man nicht, dass Baron gemacht wird. Wer geht denn das? Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm damage! Wir haben da echt damage gestrückt. Natürlich haben wir da damage gewählt, wir sind beide geil. Wir sind beide geil. Daide ich nicht. Oh, wir haben Baron. Ist irgendwer so Gredi und will mich? Wir haben Baron Buff. Der da. Komm her, komm her, komm her. Die Um SS zuите. Das zuerte! Das macht Sinnvoll. ан đh. Sinnvoll! Wir haben noch 1 CS bekommen. War immer auch 1 CS? Ich habe wieder 1 CS bekommen. Wie? Oh Gott, Fiora! Fiora! i have got her lol lool mein fels lol warum greift die mich an ich bin auch nur ein ungerlicher kleiner ezry 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 ich bin jetzt schon mal von danklich lol der Dive der Dive der Dive der Dive lol ich hab mir so eine Tauze das wollte ich mal versuchen ach als mit meinen ADC-Kenntnissen weiß ich wenn du nicht weiter weißt bau ein blut hm bau ein ok komm lass mal ein BD ja ich bleibe ich bin nein ich wollte noch eine oh ich weiß schon was das ist der DGGG yeah 88 yeah wuhuu ok bis zum nächsten Mal viel Spaß ciao